So, heute spielen wir ein bisschen Garen in Earth und ich werde euch richtig auf den Sack gehen, aber ich werde die ganze Zeit eh gedrückt halten, wenn ich irgendwie auf der Lane bin wahrscheinlich. Und ja, das wird ziemlich schwierig wahrscheinlich. Die haben nämlich einmal CC und einmal CC. Oh, nicht so viel CC, weil da kann ich einfach durchlaufen. Also, ich will jetzt nicht behaupten, es ist wenig CC, aber es ist wenig CC. Ich warte auf Level 2 und dann beginnt mein Power Spike. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Minions respawned sind. Okay, fuck eigentlich auf den Power Spike. Eigentlich wollte ich ja bis Level 2 warten, aber wir traden gerade so gut. Warum sollte ich da was anders machen? Ich auch Pepper of Battle drin, extra für die E eigentlich nur. Und ja, ich denke mal, das wird eine ziemlich lustige Runde jetzt. Garen ist so geil in Earth. Oh Mann! Digga, du willst mich nicht bekämpfen. Glaub mir. Der Flash war in. Hey, Maschia! Nein, die Blutung! No! Die Soraka ist mein Willen. Hauptsache, die Soraka steht 4-1 und hat schon rappert uns. Okay, du kannst eh nichts machen. Das haben wir schon verstanden. Bitte nicht verbluten. Bitte nicht verbluten. Oh, danke. 10-3! Der Champion ist halt echt so behindert in Earth. Gut, haben wir den Drake auch. Fear not! I'm coming! Fear not! I'm coming! Dieser Champion ist so behindert! Zumindest in Earth. In Normals ja eigentlich auch. Ha 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 Komm her Uli Kill me Kill me Wer ist mal Penta Ja du kleiner Dricksack Leute das war der echte Er wollte mich juken Noob Fuck Aber was macht die Vayne denn bitte Der einzige der von denen wirklich was macht Ist dich Loll Are you serious Loll da waren viele drin Scheiß auf Minions Brauch ich nicht Dieser Damage ist so behindert Ich hab Loll Dieses Besseracastan Wenn der einen killt Dann ist es auch noch GG Fuck Ich hatte glaube ich Red Buffs sogar Okay ich bin Vollbild Minute 16 Ich Löcher kaufe die Schuhe noch mal später Ich kann mir Skimmiter holen Oh ja Skimmiter Don't even try Fight me one by one Ich meine man muss ja auch mal ein bisschen Eigenverantwortung übernehmen Komplett Stupid Damage Sterics Alles Tschüss Rise Fuck Kleiner Dricksack Ach man Hier sind keine Camps mehr Really Holy shit Die ist Damage Fuck Diese Soraka Tötet mich Die hat mich Soraka Killed Me Like Five times ETF Ja guckt euch diesen Damage an What 445 Haben 39 AD-Track gekillt Nein Wenn die jetzt aufgeben Bin ich aber richtig mad No ich bin schon geflasht Die flashen jetzt alle weg Wurde ja quer Lol Mein Team Ich hab die alle Half-Life gemacht Wie macht ihr das denn Team Team Nein Die hässliche Sonjas Vayne Hier kann mich keiner fighten Glaub ich Jungs Ich hab doch gesagt Einer Deft Was Waaaaaahhh Waaaaaahhh